und ich mit meiner wenigkeit wir sind wieder auf der apple geht schwarz und puppe wir wollen heute mal ein bisschen ja irgendeiner hat was auf die map geschmissen ich weiß nicht wer das war immer diese versteckten updates echt mal wir durften heute neu machen aber lasst euch überraschen wir werden das man wie gesagt hat das mal anfangen sander macht sich in den steilsammler und poppy will was hat er gesagt brüche fahren genau brötchen fahren und dann werden wir mal gehen was noch so und ich bin jetzt am mit meinem kleinen und los geht's und los geht's auch da ich müsste mir mal kurz mal den anderen zettel wegpacken hier genau weil ich mit dem jetzt nicht fahre genau heute fährt man ja wenn wir mal gucken gibt ein paar neuerungen auf der karte gering für mich mal gucken ob wir den wunderschönen gedenktraktor finden oh jetzt haben wir die nächste erste änderung wir machen nochmal das so wie es sein soll ja ach ja ich dachte ich dachte du darfst du darfst du noch nichts sagen was wie ich darf noch nichts sagen ja wir wissen doch alle noch nicht was es ist so meinst du meine zuschauer wissen schon in änderung ja beide kriegen sie auch gleich bestimmt gleich bestimmt ist glaube gleich hier vorne gewesen ne für die erste wie wüssten wir fahren ich fahr gerade mit der fabrik lang das werde ich wahrscheinlich nicht sehen ja aber egal wir können sie ja trotzdem ruhig tragen also fakt ist die erste erinnerung ist ob sie eine ampel ampel sind auf der karte ampel genau die KI hält auch da handen wenn rot ist so wie ich jetzt wieder mal ab ist darum soll es im spiel nicht anders sein wie im echten leben man hat nur rot ich hätte gern den linienbus knopf ja ist er den bus halt noch gar nicht gesehen ne das ist der wo die die ampel mit auf grün schalten für sich er meint jetzt den wir den anderen wo ich das verstanden habe soll die erinnerung sein dass mehrere neue KI genau da ist deswegen habe ich auch voll schon gesagt ein grün gedenk belarus ist nämlich auch anwesend da ist die beifahrertür auf hier ist einer da ist zum beispiel ein trabi da ist er da ist er da ist er da hat er die tür offen ja ja ich weiß ich habe keinen schaden aber egal passiert irgendwas wenn man bei rot rüber fährt nein ich dachte es hätte ja sein können dass man automatisch den markt abgezogen kriegt oder so müssten 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 blitze eingebaut werden ich glaube ich weiß nicht ob es damals so was gab droht ich bitte da ne ne nicht wirklich auf jeden fall da ich fahre den gerade hinterher ich verfolge ihn ich frage ihn gleich nochmal der wollte da einfach nicht anhalten auf jeden Fall haben wir wie gesagt neue fahrzeuge hier drinnen wie man sieht der KI das ist ja ein Subnakel hat man ja schon den Bulli Gedenktraktor gesehen da hoffe ich dass ich das auch gleich noch hinkriege das ist nicht schwer nein ich sag ja dass ich das nachher noch hinkriege zum benutzen weil das wollte ich unbedingt auch machen das ist die eine Änderung gewesen und du müsstest ja gleich bei mal langsam doch bei der Zweitänderung sein wieso oder machst du jetzt gerade erst nur die BGA BGA ah gut da hast du keine Herr Stroh kommt doch eh eine Firma hier rein ja ja das ist richtig ich hab grad nicht geguckt was du äh achso ich äh ja oder so ich hab jetzt gedacht dass du das das wäre erstmal nochmal ein bisschen Stroh in die BGA schmeißen äh ich werde jetzt gleich zweier hoch bin doch also einmal jetzt hier ok alles gut einmal einmal hier rein dass die erstmal dass die dass die hier nicht leer läuft wir müssten auch demnächst doch wieder nochmal Stroh äh krass machen ne mhm und jetzt nicht Leute nicht fragen äh 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 im Dezember Gras machen wir haben keine Season an wenn mich nicht irre ne oder oder hat man sie wir haben keine Seasons an nein haben wir nicht weil da können wir nämlich da äh äh dementsprechend ähm ähm kräft das mal auf der auch damit wir hier wischig vorankommen Kann das sein, dass hier auch andere LKWs drauf hat? Da haben wir den Nächsten. Guckt mal, ein Kipper. Schön schwarz gehalten. Guck mal hier, Papi. Guck mal kurz in Johnny. Das ist irgendwie, ich glaube, das ist eine Tscheche, ne? Nee, das ist ein Russ, das ist glaube ich ein Russ. Oder? Na gut, Textur ist zwar ein bisschen gerade jetzt ein bisschen, naja, aber er hat schön was oben drauf, guckt. Also das ist gut geworden, geplant. Aber wo ist die in Ordnung? Da hin, ey. Oh, jetzt seh ich grad gar nicht, ja, da hat keiner was drauf. Wie gesagt, also, das ist eine, das ist auch wieder, wie gesagt, zum KI gehörig. Und die nächste, die werde ich hoffe ich auch gleich gleich sehen. Wohin? Wo sind sie eigentlich? Ach, guckt. Ich glaube, den kennt ihr ja auch alle noch, Robby? Ja, du, ich... Ja, du, ich... Ich meine jetzt, ähm, wie heißt der, der Kraftwerker Gerauer? Der Eier-Unkel, was das ist. Achso, äh, die Kim. Die, die eilige Henne. Die kennt ja auch jeder. Wolltest du auch noch kurz gucken, oder was? Nö, ja, äh, alles gut. Ich bin doch nicht, äh, nur eben auf der Straße unterwegs. Oh, die hat, da müssen wir noch mal kurz ein bisschen nacharbeiten. Also, die, äh, hat, ähm, die Autos haben keine Collie. Die fahren ineinander. Auch nicht schlecht. Ja. Das müsste man vielleicht nochmal Willi sagen. Ja, das müsste nochmal Willi sagen, aber das ist ja das Kriegslügel. Mhm. Äh, das ist das wahrscheinlich das Thema mit Autodreifen, oder? Was hab ich denn jetzt hier vor mir? So, gibt's noch andere Steine, die zu sammeln sind, oder was? Was? Nö. Nö. Ähm, was hatten wir denn da vor drauf zu machen, da? Wegen Düngen vielleicht noch? Ja, Düngen kenntest du. Ich hab da jetzt so gefliegt und die Steine dann angefangen. Da ist er ja auch gleich. Zerstreuer Dünger oder Kalk drin? Äh, der müsste jetzt Kalk haben. Der Dünger müsste jetzt hier oben stehen. Da steht eine Hoftagsstelle da im Wege. Dünger. Sorry. Was ist denn da? Ja. Ich hab mich gerade verfahren. Ähm, der Streuer steht aber hinter dir, ne? Ja, das war grad die Frage. Da ist Kalk drin. Da ist Kalk drin. So. Hier musst du wahrscheinlich leer machen. Wird, äh, hier abladen. Ich hab mal Obers die Ampel rot. Von Schnod kannst du gleich da hinstellen, äh, hinpacken. Wenn du Platz kriegst. Da drin. Da. Dann packst du gleich da hin. Und dann kannst du dir da oben dann... Natürlich. Ich hab natürlich rot. Der hatte grün. Verdammt Angst. Und dann kannst du oben im Prinzip, äh, vor der, äh, Rübenhalle, dann, ähm, die, äh, Dünger aufnehmen. Ja. Wieder. Super. Wie wir da sehen, auch der, der ist das Update jetzt hier grad auch zum ersten Mal. Jep. Aber es ist eine schöne Erneuerung, vor allem, äh, das mit, mit, mit der Ampel und auch den KI. Mhm. Also es ist halt wirklich nur eine Fernverkehrsstraße, ähm, an den Kreuzungen. Ich glaube, bei Ampel ist auch noch eine. Ampel. Also wenn du mal in Richtung, äh, ähm, vom Händler kommt und Richtung GPG fährt. Ich guck, da ist dann auch noch mal eine Ampel. Das dann hört zurück. Naja, genau, genau. Wie viel, äh, wissen wir nicht so wirklich. Äh, wie viel sind jetzt ein paar geworden? Ja, äh, hier oben bei, bei, ähm, bei Mühle. Dann, ähm, wenn du zur, wenn du, wenn du Richtung, äh, die Fernstraße weiterfährst. Ja, äh, links zum Händler, die Hauptstraße. Mhm. Dann, wenn du rechts zum Motor, äh, äh, zur Futtermischanlage fährst. Und dann unten im Dorf gehst. Und dann müsste, wie gesagt, eigentlich noch eine sein, ähm, 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 wenn man dann Richtung, wenn man Richtung Händler fährt. Wie, äh, da zur Onkel rein. Ich glaub, da schon bei hinten bei der, ähm, Gülle und, äh, Mist Ankauf, beziehungsweise Ver, äh, äh, Lagerung. Oh, der ist aber auch nicht neu. Oh, ne, bei der T-Kreizung ist keine andere. Da ist der Poppy. Da war grad der Poppy. Die, äh, ich glaub mal, den, die Lage, äh, wird jetzt grade nichts bringen hier reinzufahren, ne? Hier unten ist noch eine. Naja, so dass er erstmal nicht stehen bleibt, die, die... Ja, Schrubb packe ich jetzt grade eh rein, ganzes Geschwader. Ja, da sind nur noch 14.000 oder so im Lager. Und, und bei Onkel ist noch eine. Mhm. Also im Dorf hier. Naja, und, die, ich glaube die obere, die Kreuzung, ne? Oder die unten, die direkt vor seiner Auswahl. Naja, ähm, wenn, äh, 27, 26, 29 da die Kreuzung fällt. Ach so, ja, okay. Also, da ist eine. Dann habe ich gesehen, vorhin schon, dass hier eine ist. Ich zeig's jetzt grade mal auf der, auf der Karte. Und, und hier eine ist. Hm. Also, eins, zwei, drei, vier, fünfe. Ja. Fünf Ampeln. Genau. Und jetzt schreit mir grade mal so nochmal voll ins Ohr. Und halt. Röwigs Euge so weiß. Ich glaube da. Sorry, dass ich grade das, äh, gehört hab. Aber, ähm, ähm, naja. Er wusste das nicht, dass wir, dass wir noch nicht fertig sind. Naja. Gut. Äh, äh. Die Silage noch reinpacken oder nicht reinpacken? Ich pack's rein und dann, ähm, dann ist er da drin und dann läuft sie später leer mit der Silage. Weil die Silage bringt mehr, als das Stroh. Das Stroh sollte eigentlich nur als Überbrückung da sein. Aber, wir sehen ja. Vielleicht müssten wir, ähm, nochmal, äh, laufen lassen. Nicht laufen lassen. Das würde ich jetzt tatsächlich nicht machen. Weil einfach, wenn wir Gras machen, das auch als, äh, äh, nicht ins Hochsilo packen, sondern halt, ähm, so silieren. Hm. Vielleicht einen größeren Haufen auf ehemalertwester. Ja, ja, schon klar, was du meinst. Ja, kriegen wir hin. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. So, das wäre das. Wir haben ja jetzt durch einen blöden Unfall, haben wir jetzt das perfekte Fahrzeug zum Festfahren. Naja, es ist kein Unfall gewesen, in der Hinsicht. So, dann wird das jetzt darauf hinauslaufen, dass ich jetzt, äh, Raps hochbringe in die Diesel. Genau. Aber ich schätze mal, das werde ich wahrscheinlich nicht mehr, äh, ouch. Ja, sie hat schon wieder, sie ist sich da und dreht trotzdem an der Uhr. Richtig. Aber ich fall's nochmal ganz kurz auf die Straße und dann, sagen wir, erst mal, äh, huch. Ja, denkt an die Däumchen, an die Kommis und an die, äh, ja, ansonsten sowas. Und wir wollen mal sagen, wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.